Hallo, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Lassen Sie uns über die Hardwarebeschleunigung reden und wie sie Ihnen helfen kann, mehr aus Ihrem System zu machen. Sie überlegen, mehr Kameras zu Ihrer Videoinstallation hinzuzufügen, sind sich aber nicht sicher, ob Ihre aktuelle Hardware mit der höheren Beanspruchung zur Verarbeitung der Videos umgehen kann oder ob Sie in eine kostspielige neue Hardware investieren müssen. Dass Videokameras für Unternehmen einen Mehrwert haben und für die Abdeckung aller Bereiche ihres Eigentums sorgen, ist mittlerweile zum Standard geworden. Da sich jedoch die Qualität der Kameras auf Ultra HD und 4K weiterentwickelt, bedeutet eine höhere Menge an Kameras auch, dass deutlich mehr Rechenleistung zur Verarbeitung der Videos erforderlich ist, was häufig zu Engpässen und zu einer Verlangsamung des Systems führt. Videoverarbeitung kommt im Recording-Server zur Bewegungserkennung zum Einsatz, der auch Metadaten generiert, sowie im Smart Client zum Dekodieren und der Wiedergabe des angezeigten Videos. Um diese Anforderungen an die Rechenleistung zu erfüllen, kann ein VMS-Benutzer entweder in leistungsstärkere Server investieren oder ein VMS verwenden, das von der Software vorgegebene Engpässe eliminiert, indem die Videoverarbeitung von der CPU auf unterstützte GPUs verlagert wird. X-Protect ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von einem oder mehreren Intel- oder Nvidia-GPUs zu Ihrem System und deren Nutzung für die Videoverarbeitung. X-Protect verteilt die für die Videoverarbeitung und Bewegungserkennung erforderliche Auslastung automatisch zwischen den verschiedenen Grafikprozessoren, um die bestmögliche Leistung mit Ihrer bestehenden Hardware zu erzielen. Das führt zu einem Anstieg von bis zu 80% in der Anzahl an Kameras, die mit den Recording-Servern verbunden werden können, ohne die Hardware erweitern zu müssen, sowie zu einer flüssigeren Videoerfahrung im Smart Client. Darüber hinaus können Sie die CPU-Auslastung um bis zu 60% reduzieren und gleichzeitig Kosten senken, damit Sie das meiste aus Ihrer Hardware machen und zu jeder Zeit für die Sicherheit Ihres Geschäfts sorgen können. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Milestone-Vertreter vor Ort oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017